Liebe Rubbelfreunde, ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Heute öffnen wir zusammen ein Päckchen, welches den Rubbelkönig erreicht hat. Ich bin schwerstens gespannt, was hier drin ist. Das hier finde ich auch schön. Rubbelkönig. Wie Vor- und Nachnamen. Das ist auf jeden Fall geil. Was haben wir hier drin? Wir führen deutsche Markenprodukte. Das ist schon mal gut. Hier ist sicherlich eine Briefmarke drin. Und was haben wir hier? Rubbellose im Umschlag. Wo ist mein Messer? Es ist weg. Da muss ich es mit der Hand öffnen. Aber das geht ja. Es ist gut gesichert, aber trotzdem noch mit der Hand zu öffnen. Ui, ein Brief und gleichzeitig ein Umschlag für Rubbellose. Uiuiui. Rubbellotto. Ganz viele. Ach, heiliger Bim Bam. Das sind ja viele Rubbellose. Die legen wir jetzt erstmal hier kurz auf Seite und lesen uns den Brief durch. Rubbelkönig. Ihr sehr geehrter Rubbelkönig. Nun wurde es Zeit, dir auch mal Rubbellose zu schicken. Da es in letzter Zeit mit den Losen leider nicht so fein läuft, hoffe ich, dass bei diesen Losen mal ein königlicher Gewinn dabei ist. Das hoffe ich auch. Auf die heißen Siebenen aus Baden-Württemberg kann man eigentlich immer setzen. Okay. Ich drücke dir die Daumen beim Rubbeln und würde mich freuen, wenn du mir drei Nieten mit deinem Autogramm und den Gewinnen zurückschickst. Das kriegen wir hin. Grüßt du bitte noch die Melli, Specki, Stevie und den Peter und Tide. Na klar, fühlt euch ganz herzlich gegrüßt. So, ich wünsche dir und deinen Angehörigen besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch in das Jahr 2018. Mit rubbeligen Grüßen Nico, dein treuer Abonnent. Nico, vielen, vielen Dank. Freut mich sehr. Du hast ja auch einen ganzen Batzen an Losen mitgeschickt. Die werden mal jetzt fein säuberlich wegrubbeln. Und wir schauen erstmal, was alles so dabei ist. Wir haben hier das VIP-Los in grün. Mehrfach. Dann haben wir... Was ist das hier für ein Feindeslos? Rubbelstar? Das kenne ich ja noch gar nicht. Stimmt eine oder mehrere der drei Glückszahlen mit einer oder mehrerer Gewinnzahlen überein? Haben sie den jeweils unter der Gewinnzahl stehenden Betrag gewonnen? Das ist anscheinend ein neues Los. Kein Gewinn plus eine zweite Chance. Infos auf der Rückseite. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Aus Baden-Württemberg. Das kenne ich ja noch gar nicht. Gut, Baden-Württemberg bin ich aber jetzt nicht so oft. Hier haben wir das nochmal. Drei Euro kostet der Spaß. Eieiei. Hier haben wir einen ganzen Batzen voller heiße Sieben-Rubbellose. Und dann haben wir hier noch das legendäre Rubbellotto-Los. Sehr schön. Ich trenne die Lose jetzt voneinander ab und bereite sie zum Wegrubbeln vor. Die Vorbereitungen zur völligen Rubbel-Eskalation sind abgeschlossen. Wir haben vier verschiedene Lose. 20 mal das Rubbelstar-Los, welches ich noch nie gerubbelt habe. Im Wert von 3 Euro. 10 mal das heiße Sieben-Rubbel-Los. 25 mal das legendäre Rubbellotto-Los. Und 3 mal das VIP-Los je 5 Euro. Es wird ein Riesenspaß, liebe Rubbelfreunde. Einen Gesamtwert haben die Lose von insgesamt 120 Euro. Da hat der Nico aber wirklich einen rausgehauen. Nico, vielen, vielen Dank, dass ich diese ganzen Lose für dich aufrubbeln darf. Und wir quatschen nicht lang rum. Wir fangen jetzt gleich an. Du hast ja geschrieben, dass die heißen Sieben-Rubbellose aus Baden-Württemberg das in sich haben. Dass man da die Gewinne rausholt. Das will ich jetzt aber mal sehen, mein Lieber. Und deswegen fangen wir auch mit denen an. Ich erwarte jetzt hier langsam mal eine 7 in Flammen. Wenn es die hier jetzt nicht gibt, dann werde ich das wahrscheinlich nie wieder bekommen, dieses schöne Symbol. Um damit was zu gewinnen. Wir starten mit einer 5. Eine 4 wird nachgelegt. Dicht gefolgt von einer 8. Eine 0, 2, 9 und 1. Das war ja jetzt leider schon eine Niete. Ich wollte noch sagen, was ich so erwarte. Was ich glaube, was wir rausholen werden. Denn ich glaube, wir werden so 60 Euro rausholen. Ich bin optimistisch. Oder vielleicht eigentlich, 60 Euro ist ja eine realistische Einschätzung eigentlich. Dass wir der Hälfte ungefähr wieder rausholen. Ja. Hier haben wir heiße Sieben Nummer 2. War schon mal nichts. Es geht weiter mit der dritten heißen Sieben. Also wenn im nächsten Los keine 7 kommt, dann weiß ich, dass es kein guter Run wird bei den heißen Sieben-Rubbellosen. Das sagt mir einfach meine Rubbel-Erfahrung. Nico, ich hoffe, du drückst ordentlich die Daumen. Und deine Lieben, die ich grüßen durfte. Oh! Rubbelfreunde! Wir haben hier eine Sieben im Feuer. Und wie viel Euro sind es? 2 Euro. Multipliziert sich ja mit 2. Verdoppelt den daneben stehenden Betrag. Ja, 4 Euro und es ist die Sieben in Flammen. Mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Also die heißen Siebenen aus Baden-Württemberg sind wirklich die allerbesten Lose. Das habe ich schon immer gesagt. Nächste heiße Sieben. Vielleicht können wir ja nochmal einen drauflegen. Vielleicht legen wir nochmal einen drauf. Zu wünschen wäre es dem Nico auf jeden Fall. Aber hier leider nicht. Wir haben ja noch so ein paar Lose. Eine 4, eine 3. Ja, es wären ja sieben, ne? Aber so erkennt das Lotto das nicht an. Ich sage hier, Rubbelfreunde von Lotto. Ich habe hier 4 und 2. Jetzt habe ich 1002 Euro gewonnen. Sagen die, ne, König, hau ab. Mach dich weg. Bin ich aus dem Lottoladen geschmissen. Ach, Nico. Ein Rubbelspaß-Sondergleichen, den du mir hier bescherst. 3 Stück haben wir jetzt noch. Ja, 3 Stück sind es noch. Eine 7 erwarte ich schon eigentlich nochmal. Bei den Rubbelfreunden, die hier 150 Stück gekauft haben. Gut, die hatten auch zwischendurch mal Serien da. Oder mehrere hintereinander, wo nichts bei rumkam. Aber so ein bisschen bessere Ausbeute hatten sie, glaube ich, schon. Ich will jetzt hier nochmal eine 7 sehen. Das kann doch nicht so schwer sein. Nein. Audi heißen 7-Rubbellose aus Baden-Württemberg. Sind keine Glücksbringer im klassischen Sinn. Das hier sind unsere 9 Stück. Einmal konnten wir einen Gewinn von 4 Euro verzeichnen. Ja. Das ist noch ausbaufähig. Wir machen weiter und neben uns hier so ein paar Rubbelstar-Lose, die wir jetzt wegrubbeln werden. Wir begutachten das los nochmal. Hier rubbeln wir 3 Gewinnzahlen frei oder Glückszahlen, wie es hier genannt wird. Wenn wir die hier finden, haben wir den Betrag, der darunter ist, gewonnen. Wenn es eine Niete ist, kann man auf der Rückseite hier was ausfüllen, seine persönlichen Daten. und dann einsenden, dann hat man die Chance, 1 von 4 E-Bikes zu gewinnen. Alle 2 Wochen. Bis zum 11.06.2018. Da drücken wir mal ganz schwer die Daumen, dass wir jetzt hier ordentlich die dicken Geldgewinne drin haben und dann noch da drauf ein E-Bike gewonnen wird vom Nico. Wir haben die 17, die 12 und die 28. Und hier haben wir die 17 und haben 3 Euro damit gewonnen. Und hier nochmal die 28. Es läuft bei den Rubbelstar-Losen. 6 Euro haben wir gewonnen. Gleich mit dem ersten Rubbelstar los. Das Los ist irgendwie cool und das gefällt mir auch vom Design mit dem Vogel. zum Geldschein im Schnabel hat. 19, 20 und 27. Das hier war jetzt leider eine Niete. Keine 19, keine 20, keine 27. Hoppala. Hier an die Seite. Nächstes Rubbelstar los. 24, 29, 19. Nein. Leider auch eine Niete, ne? Ja, ja, ja. Rubbelstar Nummer 4. 28, 23 und 20. Die 24, die haben wir aber leider nicht. 27 haben wir auch nicht. 29 auch nicht. 17 auch nicht. Das sind alles Lose für die zweite Chance. Noch lange keine Nieten, liebe Rubbelfreunde. Wie beim Diridari los. 13, 23 und 16. Kommt hier noch was. Leider nicht. Eine Niete. 26, 29 und 11 haben wir hier getroffen. Nein. 25, 16, 12 und 20. So langsam könnte aber nochmal ein Gewinnchen bei rumkommen. 20, 15 und 26. Ne. Leider eine Niete. Weiter geht's mit dem Rubbelstar los. 20, 21 und 14. Auch hier handelt es sich um eine Niete leider. Das gute Rubbelstar los. Wird hier wirklich wegeskaliert. 25, 23 und 17. Nein. Auch leider eine Niete. Wir rubbeln das jetzt so lange weiter, bis wir hier einen Gewinn drin haben. Und dann kommt mal ein VIP los. 19, 29 und 12. Ich hoffe ja nicht, dass ich was übersehen habe, weil die Negativ-Serie läuft hier schon ganz schön lange jetzt. So kann das natürlich nicht weitergehen. 25, 17, 29. Keine 25, keine 17, keine 29. Weiter geht's. 11, 21 und 20. Hier haben wir die 20 und 3 Euro gewonnen. Können wir da noch was nachlegen? Ich hoffe mal schon. Nein. Aber immerhin 3 Euro können wir unser nennen. Wir machen jetzt mal weiter mit einem schicken VIP los. und rubbeln hier oben unsere Glückszahl auf. Das ist die Null. Uiuiui, ob man mit der Null was gewinnt. Zu weit gerubbelt. Da unten schon die Zahl geleakt. Vier Chancen sind sie jetzt noch. Leider eine Niete. Mit der Null leider nichts gewonnen. Wir machen jetzt weiter mit ein paar Rubbellottolosen. Schicke Rubbellottolose. Wir rubbeln hier unsere Zahl auf. 40. Die müssen wir jetzt hier wieder finden. Und da haben wir sie ja auch. Und es sind 5 Euro. Sehr schön. 1 Euro kostet das los. Für die Rubbelfreunde, die das vielleicht noch nicht wissen oder vergessen haben. 25 Stück insgesamt. Eine ganze Menge. 13. Aber hier leider eine Niete. 21 ist unsere Glückszahl. Leider ist eine Niete. Ja, ist eine Niete. 25. Auch leider eine Niete. Rubbellottolose. So Lottospielen tue ich relativ selten. Hin und wieder mal. Wenn der Jackpot irgendwie besonders hoch ist. Oder ich gerade einfach mal, keine Ahnung, irgendwie Lust habe im Lottoladen stehe. Und denke mir, komm, zockst du jetzt mal eine Runde Lotto. Manchmal auch. Aber das kommt wirklich selten von online. So 2, 3 Tippfelder. Also richtig groß war es gewonnen, liebe Rubbelfreunde. Da habe ich leider noch nicht. Sonst hätte ich euch das natürlich auch mitgeteilt. Das ist ja ganz klar. 40. Aber bei diesem Los haben wir jetzt was gewonnen. Und zwar haben wir die 40 getroffen. Wie viele Euro sind es? 2 Euro sind es. Das hört sich doch gut an. Unsere Zahl ist die 17. Leider eine Niete. Der eine Euro ist uns nicht gegönnt. 26. Leider eine Niete. Hier haben wir die 8. 8 könnte es doch was werden. Oh, hier. 10.000 Euro. Da würde ich ja kaputt gehen. Wenn man 10.000 Euro in so einem Los gewinnt, Nico, dann gehen wir aber mal auf die Piste. 27. Leider nichts. Also ich glaube, morgen spiele ich mal Lotto. Das Rubbellotto-Los hat mich jetzt so angefixt. 34 ist unsere Glückszahl. Die wir aber leider nicht treffen. Vorerst das letzte Rubbellotto-Los. Mit der Glückszahl 40. Da hatten wir ja schon mal Glück. Aber diesmal leider nicht. Diesmal leider nicht. Wir machen jetzt weiter mit den Rubbell-Star-Losen. Und rubbeln die schick weg. Unsere Glückszahlen sind 21, 12 und 13. Leider eine Miete. Die Mieten kommen hier hin. 24, 26 und 25. Das wird jetzt was. Das habe ich im Gefühl, dass wir den 20er-Bereich gut abgedeckt haben. Aber es ist doch leider nichts geworden. Hatte ich anscheinend ein falsches Gefühl. Aber bei diesem Los. Haben wir wieder die Chance, den Höchstgewinn abzuräumen. 25.000 Euro mit der 12, 13 oder 26. Hier haben wir die 12. Für 3 Euro. Die 26 nochmal. Für 3 Euro. Nochmal die 12. 3 Euro. Nochmal die 26. Und die 13. Das lässt sich doch mal sehen. Wir haben die 13. 1, 2, 3, 4, 5. 15 Euro haben wir hier mitgewonnen. Sehr schön. Das freut mich. War aber auch überfällig, dass wir mit dem Rubelstar mal ein bisschen mehr als 3 Euro gewinnen. 27, 18 und 14. Miete. Wir haben noch ein paar Rubelstar-Lose. Vielleicht gelingt uns ja noch einmal so ein großer Wurf wie eben. 25, 21, 16. 25, 21, 16. Leider nicht. Unsere Glückszahl. 14, 20 und 17. Die 20 haben wir getroffen. 6 Euro. 26, 21, 21, 24 und 25 ist ein schicker Gewinn in Höhe von 6 Euro. Vorletztes Los dieser Sorte 19, 25, 15. Niete. Kommen wir zum letzten Rubelstar-Lose. Hier möchte ich jetzt aber was sehen. Ein krönender Abschluss wäre es, wenn wir jetzt hier noch mal so ein Hunni gewinnen. L, 24 und 18. Leider eine Niete. Schade. Letztes Rubelstar-Lose war leider nichts zu holen. Wir haben jetzt aber noch eine ganze Menge an Rubbel-Lotto-Losen. Aber vorher werden wir uns noch einmal das VIP-Lose anschauen. 7 ist unsere Glückszahl. 5, 4, 2, 8, 3, 6, 0, 9, 3 und 0. Hätten wir die 0 eben gehabt. Aber naja, beim VIP-Lose, da habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich hier nie wirklich was gewinne. Da habe ich nie Glück. Weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht an mir. 15. Hier haben wir die 15. Was ist unser Gewinn? 1 Euro ist unser Gewinn. Guter Auftakt. Guter Auftakt. Muss man einfach sagen. 29. 5 Euro wären es gewesen. 4. Leider nichts. 10. Ne, ebenfalls nichts. 46. Können wir hiermit was holen. War nichts zu holen. 15. Nein. Jetzt ziehen wir die Rubbel-Lotto-Lose bis zum bitteren Ende durch. Und zum Abschluss gibt es dann noch das letzte VIP-Lose. Aber vorher gibt es hier einen Gewinn in Höhe von einem Euro. 43. Leider eine Niete. Nicht die 43 getroffen. Oh, ich muss jetzt erst mal einen kleinen Schluck trinken. Ich habe noch einen trockenen Hals hier. 21. Ja, 31 meine ich natürlich. Und die 31 haben wir auch getroffen und einen weiteren Euro gewonnen damit. 10. Leider eine Niete. 2 Lose haben wir jetzt noch von der Sorte Rubbel-Lotto. Einmal die 14. Nein. Hier haben wir die 33. Leider kein Gewinn. Wir machen jetzt das letzte Los. Das tolle VIP-Los. Zweimal haben wir schon gerubbelt. Zweimal verloren. Werden wir jetzt ein bisschen mehr Glück haben. Nico, nochmal Daumen drücken. Aufs letzte Los. 3, 9, 0, 7, 4, 0. Ah, das gibt es doch gar nicht. Echt ärgerlich. Mit dem VIP-Los dreimal versagt. Ich konnte dreimal nichts rausholen. Hier habe ich jetzt gesammelt. Die Nieten. Eine ganze Menge. Und das hier sind unsere schönen Gewinne. Wir machen jetzt einen Kassensturz. Aber vorher mache ich hier ein kleines bisschen sauber. Und schaue die Nieten nochmal durch. Ob es wirklich auch alles Nieten sind. Nach erfolgreicher Durchsicht der Nieten kann ich feststellen, dass ich einen Gewinn übersehen habe, liebe Rubbelfreunde. Dieses schöne Rubbel-Star-Los hat uns einen Gewinn in Höhe von 3 Euro beschert. Mit der 25. Kommt natürlich jetzt auf den Gewinnerstapel. Und hier seht ihr unsere Gewinnerlose. Heiße 7, Rubbel-Star und Rubbel-Lotto. In allen 3 Losen konnten wir was gewinnen. Im grünen VIP-Los hier. Da war gar nichts zu holen. Das Highlight war natürlich hier die brennende 7 und Eimer. Dass wir 15 Euro im Rubbel-Star-Los gewonnen haben. Das hat mich sehr gefreut. Wir konnten Gewinne in Höhe von 47 Euro verzeichnen. Sind ein bisschen unter meinen Erwartungen geblieben. Der Gesamteinsatz lag ja bei 120 Euro. Ich wäre schon gerne so über die 60 Euro gekommen. Bin ich ehrlich. Nico, vielen, vielen Dank, dass ich die Lose für dich wegrubbeln durfte. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Die Gewinne bekommst du natürlich umgehend zugeschickt. Und das mit den Autogrammen bekommen wir auch hin, mein Lieber. Das war ein Riesenrubbelspaß. Nico, ganz, ganz liebe Grüße nach Baden-Württemberg. Und vielen, vielen Dank nochmal. Lass es dir auf jeden Fall gut gehen. Du wirst bald von mir hören. In Form eines Briefes in deinem Postkasten. Ich bin raus, liebe Rubbelfreunde. Macht's gut. Macht's gut.